hallo zusammen ich weiß nicht ob sie schon wussten herr fleischer mannig sieht sie uns jetzt wieder herr fleischer mal hallo hallo herr milius herr hirnsturz herr zock hallo herr spiele kaiser hallo hallo bruder ich kann das nicht heim da war jetzt spannung dabei die münden gar kein selbst die haben kloppen eine folge gespielt und da haben sie es ja namens kaputt gehadet was jetzt muss ich hier auf rasen schlagen ist doch scheiße wo ist denn der golden roti händel ist da was das fehlt dann hat man keine ahnung hat da muss man nach bottled water der zieht's mal durch doch mal das ist so entspannt so zu reden ich bin bereit nein das war dieses lied in der wg gewohnt und oben drüber der sohn vom vermieter hatte eine band und die haben den ganzen tag dieses lied geübt und irgendwann und sie konnten es immer noch nicht wo du denkst so äh dicker ist gut ich kann jetzt selber mitsingen das könntet ihr vorspielen jetzt soll ich nein das kann irgendwie jeder das liegt aber ich glaube auch broken dreams kombinieren das ist die gleiche äh richtung mit einer harmonie wieder was gelern harmonie haben wir ja grundlegend hier nicht naja das ist dann auch das war's dann eher nichts schalten wir zurück zu horde schalten wir zurück zu horde ich durfte einmal mit tier in heaven mit ihm singen und mit wem mit dem sohn vom vermieter das ist toll ich fand es gut ich finde das lied gut ich hatte früher eine area klappenplatte kannst du spielen spielen den anfang ja also die ersten töne ja okay das ist ja echt schwer zu spielen ja wenn man sich hinsetzt geht es bestimmt aber irgendwann gut area klappen ist aber auch teilweise muss schon gitarre spielen können so ein bisschen ja wo sollen wir denn überall spiken hier also die räume auf jeden fall ne ich spike mal alles voll dieses temperatursystem ist so schwierig es wird ja neblig hier mann ich baue mal kurz die dings hier ab die railings die da vorne bei unseren schlafsäcken oh schlafsäcke sagt nicht dein ernst wo krieg ich denn jetzt krassier nicht dein ernst nach so cloth fragments okay ähm dann würde ich den airdrop holen da würde ich gerne mitkommen da würde ich gerne mitkommen dann machen wir das so lass mich nur ganz kurz noch dieses eine railing hier weg machen damit wir hier ein bisschen mehr platz kriegen wann bauen wir eigentlich unser haus und wie wird das aussehen wir sind doch schon dabei ich dachte es wäre nur so vorstufen solche na wir hier wie jetzt doch wundervoll taus ne darauf darauf dachte ich jetzt immer so sachen ne mach da was du willst ob das hält meinst nicht bist nicht sicher echt warum solltet nicht halten da ist noch mal drauf bauen ja okay das könnte er muss ja jetzt nicht ausschweifend werden muss ja das gefahr besteht doch immer richtig das klimaanlage funktioniert sonst immer ah ich mach dir noch einen klohammer dann so jetzt bin ich soweit na gut wir könnten natürlich auch anders bauen wissen ich mir latte also ich hätte halt ein hauptgebäude gemacht was ein bisschen stabiler ist und diese diese railing die wir hier haben die würde ich jetzt erstmal dazu nutzen nur zum eingang oder ne einfach um die zombies ein bisschen rumkiten zu können weißt du das denn jetzt nicht am haupthaus dich auffällt sondern eher auf diesen plattformen davor ja mal guck mal weil wenn du jetzt hier weiter baust in die richtung wo du jetzt wo dann gerade steht da ist sowieso so hügelig also wir sollten das einfach nutzen wir sollten jetzt würde ich sagen mit der treppe noch nach oben gehen und dann ein schönes fettes fundament ich mein das ding da halten wir auf dem auf der plattform halten wir Tag 1 aus äh Tag 1 Horde 1 Horde 1 halt mal aus Stecki kommst du mit oder ja ja so bist du schon fertig ach da hinten stehst du ja ich hab mir ein bisschen besonders viel zu trinken und zu essen aber das werden wir schon überlegen da stehen wir schon warte mal kurz ich denke mal dass wir die erste Horde hier auf dem plattform ganz gut überleben und ähm dass wir dann anfangen für die nächsten sieben tage keine ahnung von der plattform weg vielleicht im zick zack nochmal eine große stabile base zu bauen ja ach guck mal hier sind noch woodspikes drei stück drin ja nur dass ihr mal informationen dazu habt in der kiste unten am äh an der treppe ja okay die woodspikes ähm die woodspikes ähm äh die woodspikes halten die verlangsamen nur noch gell die sind nicht mehr so dass sie killermäßig unterwegs sind mhm ja weiß ich nicht da da hat er da hat er also die sind die weiß ich nicht kannst du nicht finden wissen ich frag den äh nein das war ein kaiser weil ich hab das ja gemerkt dass er in seiner reihe in seiner solo reihe er ist ja schon weiter ja ne ich krieg da keinen hopfen ne also du kriegst nur vom händler ich kriegst nur vom händler ja nevisgain auf der nevisgain map gibt es wohl irgendwo neben irgendeiner farm da stehen ein paar pflanzen aber ok cool als ja ein random ist ja die chance vielleicht noch da ich hab mal gespickt in der xml also die damen kann man nirgendwo looten außer beim händler du hast mal gespickt ok ok ich hab keine ausdauer ja ok ich hab drei wasserweil zur not noch wenn ich da vielleicht eins von haben weil mein wasserverfahrt ist liegt auf dem boden selbst test oh ja oh oh ja bin ich bei 63 tut weh so wie kommen wir jetzt da hoch wollen wir hier wollen wir hier hoch gehen guck mal geht das hier ja ich denk schon kaiser wir haben hier einen schreier drin oh scheiße echt ju genau so wie ich den zeitpunkt abgehauen kriege vor name ist doch spiele Richtung süd süd bei mir aber wir können doch immer es sind zwei toll es sind zwei es sind zwei es sind zwei es sind zwei zwei schreier mhm die twins herr schreier der herr schreier kaiser guck mal hast du super sie liegt sie liegt ins gesicht ins gesicht ins gesicht geil die andere ist da vorne ich geb dir gleich warte und da sie gibt erst mal hier im stefe ein bewegt dich schon mal das ist aber hartnäckig hier vor allem schieße ich mal durch ihr kopf wo ich habe auch keine bandage fällt mir auf so jetzt nimmst du mal feile hier machen wir mal eine normale bandage zumindest weil in der hektik weiß ich ganz genau dass ich mir keine bandage mehr mache und enttaubte sie der ist noch einer ja Hunde hat er schon gedroppt? der hat schon gedroppt ja ist das nicht den wo wir jetzt grad hin nein ok na gut der ist ziemlich nah bei euch aber passt auf Hunde auf sag ich mal ja das ist ja wir ich und Hunde dann nehmen wir nicht Protession noch weiter mit nö 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 äh ja ähm warte ich hab hier nen Klohammer noch ach so super ist der? oh da versüßelt und zack ist er wieder abgelenkt da ist er lecker lecker ich hol mal eben kurz n golden roti und hol den mal ja brauche ich eigentlich Bier oder Alk ja was Kaffee Kaffee geht noch? ich dachte Kaffee gibt keinen Speed mehr wir haben das nicht nur noch ich hab's noch nie versucht nein ich meine das Kaffee nicht mehr als als Booster gilt mhm ja die haben ihn genervt zumindest dass du das Wellness verlierst also ja bei zu viel mach doch aber bei mir auch so oder nicht was? na frag mich so sind das für ne scheiße hier? das ist so geil das ist so geil das ist so geil der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt ja ist gut pink killer so aber mal gucken hier Mann Nias was denn wenn ich hier als erst dran bin du dich auch looter 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 du bist hier der blöde ninja ihr seid die ninja looter oh nein 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 das war bei knapp das war jetzt knapp ja Rene 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 oh wir müssen du musst dir was anziehen ich auch gleich eigentlich jetzt schon ja hab ich bin warm wie weit wart ihr denn schon im verbrannten Bion hier? gar nicht weit nicht weit nein die Hunde haben uns so abgeschränkt ähm ich hab hier was äh Minias der ist hier irgendwo am Rand oder was? ne ich gucke da hinten die ist der da? bitte 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 was Gutes hier unten ist ne Straße also oh Gott wie kommen wir da runter? jo also du hast aber nicht gefragt ob wir gesund runter kommen mhm komm 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 diese diese neue Biomgestaltung ist echt der Wahnsinn sieht einfach nur geil aus oh exploding crossbow wollen wir das Schweine mitnehmen? die ist noch ne Schreie drin ne ich nehm keinen Schreie mit ne ich auch nicht hinter dir ist noch so ne Dings ne? ja ja oh scheiße Hund NEIN lauf 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 siehst den? bisher nicht aber ich lauf drauf zu direkt vor dir ja dann weg sich mal weiter nach links her da ist er ich hol dir den den Wicken hier weg ja aber ich hab auch was hast du? ja hab ich und was war drin? die zwei Schreien haben nämlich doch geschrieben ich muss mir angucken ich kannte diesen Boden nicht äh ne goggles die nehm ich ähm ein SMG Barrel gut ne schwarze Jeans und noch ein SMG Barrel noch ein SMG Barrel die schwarze Jeans haben das könnte dir glaub ich entschärft komm lass ihn in Ruhe lass ihn in Ruhe lass uns doch die Pfeile da nicht verbrauchen das ist doch Quatsch ich würde gerne gucken was er hat ne die ist tot die ist tot da kommt doch grad noch einer sein Bruder kommt ne der Hund ist weg naaa sag das nicht ne ich sie kenn nicht ich bin heiß auf den grad schon abhauen mir ja sie klären das wollen wir nochmal durch die Stadt durch jedenfalls so an antuschen ja können wir machen ähm kommst du zu mir nimmst dir die schwarze Hose damit du was anhast hier werf ich hier am Boden ja ok so geh ich nicht mit dir da rein Ketzer die Tür stehe na lass uns mal an die Stadt gehen komm lass ihn in Ruhe Jack die hab ich jetzt schon angefangen welchen den vordersten oder wen eigentlich alle beide ja zurück weiter weg Witz jetzt echt witz jetzt 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 durchziehen ja wie in Wirklichkeit naja jetzt 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 weg ja das lassen kommen ja das kann man ja darum du bist dran das ist ihnen noch eben im kopf jetzt nicht 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 anschließend wird ja ja einen kopf schießen macht hat wer sind wo ist die ganze kohle in kohle habe ich verteilt mal glaube ich ein bisschen so in forschung so noch eben der von hinten ab mein kopf und ich bin auch er hält stehen spikest karte ist erschrocken noch den fertig und dann haben wir ab und hast den anderen gelootet er noch nicht kommen wieder die autos ist immer so ein deiner ist der falsche jetzt also der jetzt bei dir ist wo ist denn die politik gleiche ich habe noch was gibt es gar nicht ja mach mal für 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 eine schaufel hatte nix drin hatte nix drin leider nicht kann man sich noch ein bisschen an die mine ausbauen jetzt ja hat irgendwas klamotten technischen wird dann da kommen dass uns passen die pfeile sind es nicht wert die selbstwert aber die geben halt punkte wie sau ja zum leveln sind somit die besten ja dann zurück ich habe jetzt noch ein blauen shirt und manchmal an das ist gut die hose hast du mir auch noch nehmen ja ich weiß nicht ob die besser ist aber sie ist bei plus 22 das ist der wahnsinn jetzt der schneemann verstehst du wie ich meine ganz links wenn er auf dem das keine klamotten irgendwie anzeigen sondern ah ja plus 13 bin ich da habe ich auch kein shirt an ja ist wieder oben um nackt dann wenn er seine rasierte brust ja 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 okay wenn ich musste ich muss nicht lassen ja ja dann müssen wir noch mal los denn sie noch da sind noch ein paar naja das aus den steigen müssen aus dem eisen einfach ein komm mal kurz ich höre da was ja ja schreitante ja die dritte ihren kreis jetzt hat es natürlich schon geschehen die dumme kuh bisschen zeit ja da kommt einer rein ja man ist ja eh nur so eine halb vorher fertig stadt kommen wir mal die spikes testen jetzt mal die spikes genau spring mal rein nee das machen jetzt die warte ich habe nach der strolle hier ist ja jemand habe ich gar nicht gehört eine richtige aktie auch nicht gesehen nachinet Currently die frage an die der def ancora wo das erste lenkenai ja China flieran dann ist das was 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 zumal jetzt ist das was 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 presidente sie benötige ich hab die dritte über die dritten relationshipsen leider und wieder beim willst du töten oder was du levelst mit toten zombies ist nur ein toter zombie ist ein guter aufschlagen also ja ich habe nur eine stein an oder lange ordentlichen dings macht ja das weg fünf gemacht was meinst du mal hier auf ich mache uns kurz ein löchlein sehr gut noch mal zwei container wir haben keine bäume mehr hier da rechts ja okay ja kommen wobei da kommen wir auch nicht rein ohne ich pflanze zwar schon immer nach aber eben dran ist ein friedhof machen wir da schon da gibt es da gibt es dünger in den gräbern in den sergen in den gräben in den sergen in den sergen dünger gräbern sergen ist party vor allem nicht in diese türen haben 25 von dem dran einschlagen die 12.000 was hast du dazu komme ich auf dach auf dem dach ist tatsächlich man könnte dach ausrennen ja auch noch zurück gehen lassen hier kommst du raus ich hab sieben drei skill points hier sind dann noch so ein paar sachen öfen und und soweit könnten wir alles noch looten wenn man das ding schon wenn man sehen ist du dann im wagen drin autos looten und mein friedhof rein oh man ich weiß nicht also irgendwie gräber jetzt zu looten nicht nicht würde ich sagen was 12.000 hat so komische scheiß ja okay na dann dann nicht wo was wächst denn hier jucca fruit spiele kaiser kommen zu mir die sind ganz viele ressancen steine also was so alle sachen aber ich denke da unten liegen oder dauert wahrscheinlich ewig du kannst aber die schlagen glaube ich nicht dagegen doch geschlagen wir gehen eine höhle das der hülle ist eine höhle bei uns zurück ja okay markier mal komm jacke lass uns zurückgehen lass uns zurückgehen das bringt ja nix das bringt ja gar nix das ist eine höhle höhle super lol super mit lol 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 gönn dir slash roffel hype ach was lol ne gönnung heißt das doch so machen das die jugendlichen da kenne ich mich voll aus gönnung gönnung mhm achso wie gönn dir hat er sich gegönnt ja genau geil es geht sogar irgendwo runter es geht sogar irgendwo runter also Yolo sagt jemand mehr kann ich aus verlässlicher Quelle sagen neja das T-Shirt einzig ist auch nicht mehr hip ich hab ein Yolo T-Shirt komplett an mir vorbei ja und hier ist Wasser unten drin es wird immer enger hier oh ich hab ein leather chest armor hab ich gekriegt schön ansetzen ach Ries wir bräuchten mal haben wir nicht nein dann wäre nicht schnell äh nicht schlecht wenn du die auch noch ein bisschen schlafen würdest also ich leg dir mal eine Fackel hin Rüstung ja mit Stoff oder was genau also nicht Stoff ich glaub da musst du Leather chest armor ist bestimmt äh willst du wieder welche ja eine nur bisschen advanced äh leatherworks gibt es ne danke ja es werde Licht guck mal gucken guck mal auf den Müll mein Freund die Eisen sehen da kann man nur ja hier ist Eisen wo oder ne was wo nein nein doch nicht ich guck grad in der Höhle das war äh Mushroom Mushroom du lässt so ne Dunstwolke hinter die ja das ist die Hacke das sieht so aus ne das kann der Spielekaiser ist der Spielekaiser grün das ist das Katzenfutter das ist Wodan Wodan Spielekaiser das Gelb wo ist denn der Gelbe bei Wodan ihr seid über doppelt ähm überdoppelt überlagert wir over doubled hüpf 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 so ja ein bisschen Prothesium ist hier und naja schade naja aber da kann man schon mal mit arbeiten joa kann man ja sich reinbuddeln noch genau da kann man sich rein arbeiten oh ich hab ne Nelgarn Schematik ich lass mal hier ne Fackel stehen nice read nice bro aber wobei die war jetzt auch Wodan gewesen ja echt ach nein gönn dir gönn ich mir gönn dir ja du hast recht der macht ja Werkzeuge ne aber die Nelgarn ist ja auch nicht ne ne Moment die Nelgarn ist doch nicht zum Craften oder sondern zum Herstellen natürlich zack 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 nein ich dachte die wäre zum Auspars herzustellen Assemblen genau da muss ich ja kein Skill für haben so oder es gibt keine Brautmann so ne das ist ne gute Ansage stimmt brauchst ja Parts finden musst ja Parts finden ja gut aber das habe ich nicht bedacht als ich geredet hab das kenn ich mach ich auch immer aber so geil ey kann lesen hui ja toll freut mich sehr ja ein Glück haben wir einen Spiegelkaiser mit dabei der achtet nämlich wahrscheinlich auf so ne Dinger ne ich hab jetzt schon dick und dick gereden boah ist ja ne Höhle ey ich hab Crossbow gelesen so die Höhle ich stehe davor ich hab übrigens zweimal Waffenteiler stehst du davor nice ja kann ich ja gut hier siehst du mich oder naja komm mal komm komm ja ich seh dich wir haben eine Basisabsicherung so ein bisschen schon mal oh die Höhle ist ja die sind ja ganz neu die Höhlen die gehen ja richtig sauber nach unten ja ich glaube es ist eher Zufall oh hallo aber kein Ferala drin ne nix aber Wasser steht hier unten ja da waren wir doch drinnen wo ist er denn jetzt wo ist die Höhle warte ich komm mal sie geht nicht besonders weit aber aber wir haben die wir haben diese Potassium Stängchen hier weißt du da Stalagmiten 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 ja jetzt bin ich hier wie könnten wir denn die übersehen die ganze Zeit haben wir ja nicht Spiegelkaiser hat's ja gefunden ja der ist reingefallen und dann genau ja der Eingang ziemlich klein der sieht aus wie so ein dicker Stein auf der Map absolut geil geil aber so sieht das doch ganz gut aus mit der Basis das hier irgendwie weiter geht oder von von hier aus könnte man mal gucken ob man oben den Baum müssen wir noch absichern hier das ist sonst ja ja ich hatte nur noch die drei jetzt wir müssen leider Woodlock Spike hast du schon Pickaxen hab ich ja aber die brauche ich gerade selber um Eisen abzubauen ok aber es müsste genug Forge Eisen drin sein eigentlich achso ich habe übrigens in der Kiste waren auch Antibiotika nice super super niemand aber höchst die konzentration höchst konzentriktige anspannung ist ja das maximum ach so die pilze ernte naja und du weißt du was letztens passiert ist lassen schön ich kann fliegen doch nicht so warum ist auch nicht ja doch du verlierst ich gewinne bis 19 uhr wird hier noch ein bisschen leben geschippt kriegst du immer noch auf dem gewicht oder wissen nicht was mir ist du musst du mir das war ich weiß nicht hat du hast gar nicht ausgelockt ne hatte gar nicht nicht so voll du hast du warst der einzige mit ne schaufel stimmt ich finde der baum sieht so ein bisschen aus wie das sieht so geil aus alter ohne scheiß jungs das sieht so hammer aus du nubelt ein bisschen das sieht aus wie eine keule facken hier sieht man verlaufen du Boah, Black Ops Black Ops Genau Ist mit dir jetzt nicht ganz korrekt So, ich hab ein paar coole Pistolsachen gefunden unterwegs Sehr schön Also Pistols, die Richtung stimmt, wie es so schön heißt Fitt mir nur einen Receiver, den hatte ich dummerweise verkauft zwischendurch Aber die Richtung stimmt So, der andere Baum ist auch aufgewertet Haben wir hier noch was? So, Eisenpick-Äxte, soll ich gleich mehrere machen? Die Schematik, zwei Machen wir zwei, komm Cut Dann müssten wir das eigentlich überleben Wie konnte das nur passieren? Ja, wir sind auch bei knapp einer halben Stunde Also am Ende einer Folge Das war jetzt die letzte Folge in der gleichen Aufnahmesession Für euch müsste eigentlich jetzt Dienstag sein Wir sind uns am Donnerstag wieder, wenn wir es hinkriegen in der Aufnahme Ich hoffe es hat euch gefallen Bis dann, bis zum nächsten Mal wieder in den Spielekreisen Aber schön, dabei sind wir einfach ein bisschen noch mehr Tschüss Ein paar Minuten kannst du jetzt echt wünschen Mann, okay Schön verabschieden kannst du sagen, herzlichen Dank Es war mir eine Ehre, in dieser Aufnahmesession in den Spielekreisen dabei zu haben Schreibt mal eure Meinung im Kommentar, ob er dabei bleiben darf oder nicht Was? Schon entschieden, ist raus Okay, schon ist schon Mein Zeug nehme ich mit hier, weil ich mache die Küste Kissen Du macht hier gar nichts, du Freund Töte den Bis dahin, bis zum nächsten Folge Tschüss Tschüss